Tröpfchersweise, es trennt sich langsam. 19.10 Uhr, am Totenkopf. Das heißt, Zeit gut gemacht oder schlecht? Ihr seid in der Zeit, aber ihr seid schlecht. 40 Minuten hinter dran. Aber ihr müsst es eigentlich für 8 Uhr schaffen. Ich komme gleich weg. Du wäschst, du wäschst. Gehst du wieder mit? Weiter geht's. Ja, gleich weiter. Du fährst aber mit mir dann. Ah, du musst mal aufs Töpfchen. Als Kieler habe ich mir keinen Bock. Es gibt Punktabzug und Krebs. Wieso? Sie wollten am letzten Berg vorbeilaufen. Ich muss zurück pfeifen. Fürs Gruppenfoto. Wir waren schon drüber hinweg. Wir waren zu schnell. Gleich haben wir auf jeden Fall akklimatisch. Bitte, bitte. Daniel fahrs nicht durch. Ich habe mich jetzt mal draus gesetzt. Geht's? Besser habe ich gedacht, die ganze Zeit. Jetzt geht's runter. Es ist nicht mehr so schlimm, gell? Der Rest läuft. Jetzt laufen allein. Ja, ja. Geht's hier hinten raus. Geht's hier hinten raus? Geht's hier hinten raus? Wo gehen wir jetzt? Geld, grünes Kreuz, runter. Wir warten noch 50 Meter und treiben. Komplett. Wir sind da erst. Geht ihr in die Dose? Nicht folgen. Musst du wieder auf Toilette? Sag doch, wo du hingehst. Doch, es geht da hinten rein. Geld, grünes Kreuz. Es geht hier oben lang. Dann können wir die Dose noch holen. Hopp auf. Du müsstest ziemlich vorbeigehen, ja? Ist das mal so sehen, oder? Ja. Hütten des Felsenwaldvereins. Totenkopf, bitte. Oh, oh. Nee, Tradi, heute nicht. Hellerhütte liegt ja im Misselrecht. Gleich da lang. Gleich da lang. Spart euch die Wege. Kein Meter zu viel. Ja, das. Oder du sagst, das grüne Buch, wo die Ritter schreien. Aber kennst du jemanden, wo sie alle kennt? Ja. Der sagt dir, dass man sie draufsteht. Ich kenne jemanden, wo sie alle kennt. Und ich kenne auch jemanden, wo sie alle kennt, der bestechlich ist mit Rieslingsschule. Das ist sauer. Der hat sogar das grüne Buch mit. Wie gibt es hier in dieser Gegend? Solche Leute? Ja. Da steht er voneinander. Das dachte ich mir. Ich habe auch das grüne Buch mit. Wir sind mir echt in diesem Äquatorialgenier zweieinhalb Meter vorbeigelaufen. Der kann nur an der Anhütte liegen. Dann folgen wir den anderen. Das ist eine gewisse Manier. Ich spiele ihn mal hoch. Das ist mein Grund, dass ich da gar nicht besuchen wollte. Das ist nicht das Gute.